um ihre Familie glücklich zu machen. Aber wie glücklich würden ihre Eltern noch sein, wenn sie nach unserer Reise nach Somerset erfahren sollten, dass wir nicht miteinander verlobt waren, fragte ich mich. Konnte ich Sarah mit gutem Gewissen mit nach Hause nehmen, wenn ich doch wusste, was das für Konsequenzen für sie haben würde? Mach dir jetzt bitte keine Sorgen um mich, Matt. Ich bin schon ein großes Mädchen und ich werde meinen Eltern nach einer gewissen Zeit sagen, dass es mit uns nicht geklappt hat. Du brauchst also nicht bedröppelt reinzusehen. Ich weiß selbst, dass wir eine Abmachung haben. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht mehr und nicht weniger. Kapitel 15 Sarah Die ersten Meilen hingen wir beide unseren jeweils eigenen Gedanken nach. Das Radio lief und untermalte das Ganze mit Frank Sinatras und Bing Crosby's White Christmas. Wie auf ein Stichwort hin, hatte es jetzt auch wieder zu schneien begonnen. Unsere Umgebung sah wunderschön gezuckert aus. Kaum dass wir aus London heraus waren, reiten sich kleinere Ortschaften immer seltener aneinander. Die Weite des Landes und ihre scheinbare Unberührtheit wirkten sich beruhigend auf mich aus. Denn seit ich in Mads Wagen gestiegen war, saß ich wie auf heißen Kohlen. Und es lag definitiv nicht daran, dass ich die Sitzheizung angeschaltet hatte. Die war definitiv aus. Davon hatte ich mich gleich mehrfach selbst überzeugt. Ist alles okay bei dir? Fehlt dir etwas? Fragte Matt wie der Gentleman, den er mir seit der ersten Minute präsentierte. Noch immer schüttelte ich innerlich den Kopf über mich, wenn ich darüber nachdachte, dass ich jemandem einen Einbruch in meine Wohnung zugetraut hatte. Nein, nein, es ist alles bestens. Ich habe nur ein bisschen vor mich hingeträumt, wich ich aus, als ich Chris Rears Coming Home for Christmas im Radio ankündigte.